hallo youtube und herzlich willkommen zu einem ne warte moment bei mir geht gerade ja paulo haut gerade das tut mir leid nur kurz abbrechen oder kreis abgeschenken raus das tod ist hallo für deine fünf sub geschenke an die community gibt es jetzt was mir herzlich vielen dank dankeschön danke 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 so aber jetzt 321 hallo youtube und herzlich willkommen zu einer neuen folge hier bei east side versus west side dem challenge projekt ja und natürlich mit dem lieben handauer mit dem herr schneider mit dem heiko mit dem herrn müller und der büschige augenbau ist auch da jawohl hallo hallo also wir sind alle vertreten ihr habt es gesehen in der letzten folge geht es um die challenge und wir fackeln nicht lange wir starten rein denn ihr wollt ja auch wissen wie es weitergeht na so deswegen herr bauer ja wir lassen ihn da gerne den vortritt ich würde sagen die die behörde kann das entscheiden ja also wir wollen nicht unbedingt als erstes na also wir lassen da gerne den bauer dem vortritt aber herr hafer sie sonst immer mal sehen so wir glauben an sie geht so in die pinzen da waren wir schaffen das immer mal sehen so wir glauben an sie geht so in die pinzen da waren wir schaffen das schön immer mal du musst bei uns die gute zeit rausholen ja schneider sie sind ja sie sind ja positiv heute mensch was da los haben sie denn alle rechte erbau das kann ich ihnen nicht sagen nur irgendwie ist alles in ordnung es scheint nicht zu funktionieren ich nein nicht mehr da probieren sie doch mal im moment kommst du doch bitte mal alle zu uns in den hof oder so oder machen wir das so ich glaube ich glaube auch das ist ja so die behörde die behörden schweinskopf hatte die behörde hatten schweinskopf das ist so eine sache 1 2 3 4 5 6 wunderbar 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 dann probierst du noch mal dacke herr bauer ach jetzt okay ich bin ja mal gespannt wenn ich erst geht red hier bei grün geht es los 4 3 2 1 da lief da weg da lief da wirklich ne zeit ich war blöde das ist ja wahnsinn das ist ja das ist ja schön sachter schön sachter oh herr bauer mensch die sind ja ein viel ah herr bauer das sieht gut aus mensch weiß es sich nicht so sehr auf die zunge irgendwann bist du ist die weg ja herr bauer denken sie dran mit gefühl mit gefühl ja in stadt ist ja wahnsinn das ist wahnsinn herr bauer wie sie das machen das ist ja eine monne sie können noch ein stück ne ne stopp stefan stopp 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 ja äh ja ganz klein ein stück vor ganz klein ein stück vor ein ruhiger verhalten bitte wird so weit wird so weit da kommt da konnte ich nichts für da hat äh passt das ne das passt noch nicht du musst weiter zurück das symbol muss verschwinden das ist ja kompliziert immer noch ich glaube er da muss man davor nee so sagen da jetzt fahren wir weg ne geht immer noch nicht ne ja vor oder zurück david ja eigentlich zurück noch ein stück ja naja probier mal so ne das ist zu weit ist zu weit ja so stopp 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 jetzt liegt es eigentlich perfekt funktioniert hat die ganze zeit funktioniert haben sie kaputt gemacht herr bauer hier liegt es gerade perfekt muss ich sagen probier es mal noch ein bisschen weiter links drücken sie mal taste v bitte willst du zurück zum stück nee das war zu weit vorne das ist ja kompliziert ey zurück 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 das bringt mir jetzt gerade wirklich nix das ist doch jetzt fahr mal weiter zurück dann fängst du noch mal neu an ja ja das ist ja also das ist ja echt jetzt mal gerade bescheiden also wenn das nicht funktioniert dort ist ja sehr bescheiden ja und mich schon ja ich muss das ja auch mal die walze wegfahren ne ne das war eine walze ach testen ich stelle nochmal ab so jetzt fahr einfach mal zurück das hat doch vorhin gerade funktioniert wir haben es ja mehrmals getestet tja tja kann man das nochmal neu machen also also nochmal ja ja erstmal herunterstackseln so was ist denn jetzt hier geht nicht aber das liegt halt auch im dinge drinnen hier ne da muss man schon sagen ja 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 ne nicht ganz das liegt nicht das ist schräg ja jetzt ja aber das lag ja vorhin schon mal gut ja ne das war zu weit vorne wieder viel zu weit vorne das problem ist der fährt ja auch einfach weiter wenn ihr wisst was ich mein ja 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 das ist das problem hierbei ja ne das wird so nix irgendwie ne 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 nicht also ich würde auch sagen dass er dann nochmal das ganze zeug hinstellt und einfach nochmal vorne hinfährt und dann nochmal neu probiert ja jetzt ja da ist er wieder so stolp ja probieren wir nochmal jetzt geh nochmal hoch da guck mal noch mal herr bauer sie schaffen das sie müssen nur an sich glauben ja und die technik muss funktionieren und nichts überstürzen stefan ich probiere jetzt mal noch mal so schön gerade links 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 ja jetzt gerade jetzt zurück ja das passt ja passt 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 gerade jetzt hier vor so jetzt müsste es ja eigentlich mal klappen mach mal runter lass mal runter vorne da sieht man es besser jetzt vor langsam noch ein kleines stück gut jetzt zurück geht wieder nicht wollen wir noch ein stück vor stopp das war zu weit zu weit zu weit zu weit stopp ja das meinte ich aber vor uns mit herr müller dass dass der dass der braun so weit vor war so weit vorne war und dass du abgestellt hat ja aber noch aber noch weiter vor geht ja nicht dann dass du mehr raus aus dem ding weiß er nicht da ich einfach mal kommt probier mal komplett zurück zu schieben also ohne ohne das mehrwerk probier mal die presse wieder rein zu schieben aber da fehlt ein symbol tierung doch nicht das hat die ganze zeit funktioniert jetzt vielleicht noch mal und eben das ganze ich würde es einfach mal probieren das ding soweit wie möglich vorne abzusetzen so der band ist schon rundherr von deswegen kommen weiter vor kommen weiter vor das ding ja bauer wird das ding bis zum bis zur begrenzung schieben noch nicht mal das hilft das ist so eine sache das ist jetzt bisschen doof das ist ja was haltet ihr denn davon ich sag mal ist natürlich jetzt schwierig die situation zu lösen aber ich steige jetzt mal aus ja der hafer würden sie es sich vielleicht einmal probieren kann ja sonst irgendeinen grund haben probiere mal das ist doch aber der chef zuerst genau zuerst der chef dann mitarbeiter was sind das mit da so gut zuerst der chef alles klar probiere mal so hier so okay und get ready ich bin dabei bin dabei bin dabei ich muss auch mehr bälle umfahren das glaube ich weniger da mehr bälle umfahren muss weiter links das habe ich weiter links ja, 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 ja so jo okay ja das sieht gut aus okay vielleicht sollten wir weiter weg gehen mal von den von den Punkten ich gehe mal weg von den Punkten ich sehe es soweit weiter, 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 weiter weiter, weiter, weiter weiter, weiter, stopp so ja aha auf so ja ja so weiter, 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 weiter ja bin dabei bin dabei bin dabei symbol weg du musst wegfahren ja jetzt mehr werk jetzt mehr werk okay perfekt mit werk anhängen und hier wieder einlegen da wieder reinlegen ja aber ja wir haben 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 Leute mal ernsthaft warum hat er bei mir nicht geklappt ja ich bin doch auch so weiter vorne hingefahren wird aber ein technisches ding sein gehe ich mal von aus ja ist ein bisschen blöd naja ja lange muss angehen es bringt doch noch ganz ruhig ich sehe es nämlich nicht blinken ich sag mal ein ding nicht blinkt nicht bei mir ist weiter zurück weiter zurück jetzt 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 komm 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 naja das ging doch da klingt doch aber recht gut das ging doch recht gut so soll ich noch mal probieren jetzt ist eigentlich der 2 40 hatte ich auf der uhr wo 39 948 okay stefan du schaffst das hoffentlich haha ja mehr rechts genau gerade 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 stefan macht das auch so er braucht keine hilfe noch mal runter also das falsche richtung jetzt müsste genauso man sieht einfach nach vorne weiter 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 ich glaube der parkour mag dich nicht kann ja alles nicht sein ob der parkour mag nur aussies noch mal an und probier mal ein bisschen weiter nach links das abzusetzen aber wo mag dich nicht stefan setzen sie mal per bauer lassen sie mal ab vorne schieben sie mal absolut nicht das ding mag sie nicht der bau das ding mag sie nicht hat das ist jetzt das ist jetzt so eine sache das ist jetzt so eine sache kommt sagt ich würde sagen sie steigen aus der bauer der hat noch und dann und dann gucken wir mal ja dann machen wir dazu genau so ja leute ich weiß echt nicht wo dran das liegt keine ahnung ich weiß nicht es war etwas bescheiden jetzt gerade aber was will ich machen das ist die technik so ist das ein guter heiko komisch schön schön sieht das aus gut sieht das aus wunderbar und rum jawohl 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 schön ja ganz links 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 ja so gerade 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 wunderbar und zurück ja gut und jetzt schön dran denken genau wunderbar wunderbar hängt an das ding einfach gerade vor jetzt das ding von der schimmer also lasst vorne schon mal ab so genau schieb 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 stopp stopp zu weit oder zu weit das ist ein pilone wir fahren das war zu schnell zurück 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 so ablachsen absenken schieb mal schieb 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 die die setzen nicht drauf waren was ist denn da los mensch ins kinder was ist denn da los die unglaublich das wird so nix ne 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 das ist so das ist so nicht gut fahr mal zurück heiko fahr mal zurück 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 so jetzt vorne nur ablassen nicht abbauen so ab abbauen so und jetzt schieben schieb 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 näher näher kata das habe ich auch gedacht dass mir keine rechte beim hof haben aber ich habe nachgesehen ähm excel oder harry hatte ja auch keine recht und bei dem ging es ja also keine ahnung doch ja doch das müsste gut aussehen abhängen jawohl hängt vorne an doch komm ach mensch das ist die gefrieme doch das ist ja gefrieme doch gut und jetzt komm her hänge vorne ab genau komm 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 so ab gut gut ja und zurück und jetzt ja auf die wippe und auf die lampe gucken immer komm immer komm ja immer komm immer komm so mit gefühl stopp zurück 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 weiter zurück weiter zurück weiter zurück weiter zurück stopp noch stück noch stück noch stück hütt ne stück vor wieder gut zu weit zurück zurück noch stück hüpp stehen bleiben aah stück vor wieder so stehen bleiben nicht bewegen oh mensch das ist ein äh aufrecht mensch ins kinder so jetzt gibt gib eier mach eier ja oh gut 3 41 2 1 6 uiuiuiuiui mensch ins kinder aber ich würde jetzt erstmal sagen Herr Bauer Herr Bauer Herr Bauer wo ist er Herr Bauer ja wo ist er da drängen sie mich nicht Herr Bauer ja was hältst du uns mal fix was ähm achso jawohl jawohl ja dankeschön da die eine geschaltet habt hier auch bei der Folge von Eastside vs. Westside ja wir müssen mal gucken wie da natürlich dann auch alles so von der Behördeseiten aus ähm vonstatten geht und wie wir hier weiter verfahren lasst doch gerne ein Däumchen da oben da beim Excel äh wie auch bei meiner Seite aus und wir sehen uns in der nächsten Folge machts gut bis dennne tschüss ciao Tschüss.